Ach, ich habe schon den zweiten Part angefangen. Und man hört sich die ganze Zeit kichern. Oh nein. Run, Cortex. Run, run, or you'll be done. Run, Jesus, run. Cortex kann man doch nicht mit Jesus vergleichen. Nein, das ist ein Insider von einem Flashgame, Run, Jesus, Run. Ach, das Spiel. Ja, ja, ja. Das habe ich bei euch gesehen einmal. Ach ja, vom Pest-Walk. Nein, 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 nein. Alter. Sag mal, warum spammen die mich zu? Was zum? Das geht doch nicht. Was zum? Ich fasse es nicht. Oh, ey, diese Käfer kommen einfach aus dem Nichts. Oh, what the? Was sind das überhaupt? Sind das Spinnen oder Käfer? Sag, oh man. Nein, falsch. Nein, 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 nein. Nehmen wir schon auf? Zum zweiten Mal, nein. Wir sind mitten in der Aufnahme. Jetzt habe ich mich selbst gerade gestellt. Ich bin zum zweiten Mal in die gleiche Explosion reingelaufen, die ich selbst verursacht habe. Fatality. Mit dir sowieso. Ich habe, ich bin, ich war gerade ein B-Button-Smasher. So. Nein, 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 nein. Scheiße, ich habe keine Munition mehr wie Cortex-Rent. Alter, jeder weiß. Dieses Video mit schlechter Wettbewerd, das Video ist wie es geht nur da nur, weil ich so viel Unsinn mache. iki,hehe. nein, 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 nein. Nein. Nein, das ist noch nicht angebracht. Ich habe es noch nicht verloren. Oh, oh, oh. Aber gleich. Das sehe ich doch jetzt schon. Lau, Forrest. Lau. So, jetzt laufe ich nicht in die Explosion rein. Ja, geschafft. Oh, wie schade. Du hättest sonst ein Headrick machen können. Und diese eingefrorenen Gegner und ja, und Baum. Und Baum und Blub. Ein Fischkind. Keine Munition. Nein, keine Munition mehr. There is no money over here. No money over here. Nein. There is no money over here. Nein, there is no money over here. Oh, wow, 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 wow. Evil Frogs. Da, mir fällt ein. Das ist auch mal wieder Konker-Spiel. Oh, ey, Mann, Cortex, wie oft hast du keine Munition mehr. Und er läuft von der Vorstand. Ey, ich bring dich um, Cortex. Ich mach dich so kaputt. Ey, ich mach dich Messer, weisst du. Ne, ich mach dich gerade Laserschuss. Ich mach dich gerade Laserschuss, weisst du. Ich mach dich. I'm a fire in my Cortex Laser. Und I'm dead. Mwah, 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 wau, 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 wau. Das erinnert mich gerade an eine Diggeridoo. Natürlich. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich heiß ja Diggeridoo Kirby. Diggeridoo Kirby. Diggeridoo Kirby, wau, wau, wau. Oh, Mann, Cortex, wie oft hast du keine Munition mehr. Oh, what the? Oh. Oh, was sind das überhaupt für Frösche, Junge? Guck sie dir an. Ey, Junge, guck doch mal. Run, run, hoi, you'll be done. Frosche sehen aus wie Mäuse. Gets it. Ey, die nehmen ja gar kein Ende. Überall Frosche. Ah, sie sind zwölf. Help me. There's my money over here. Hör auf mit diesem money. Das money macht mich auf. Money makes their world go around. Ey, ich glaube, ich hab alle Edelsteine in diesem Level. Ja, ganz es denn sein, ich hab's geschafft. Weißt du, was ich davon halte? There's my money over here. Wir sind jetzt bei Nina Cortex angekommen. Und jetzt einmal, pscht, ich will die Szene hören. Silent, I kill you. Die lange Klauen und scharfe Zähne mitgebracht. Kein Grund, sich zu verstecken unter dem Bett. Dein Onkel ist das Monster und zu dir ist er nett. Fail. Meine entzückende kleine Nichte. Bist du groß geworden? Und raffiniert. Schlag ein, kleine Nichte. Ich würde dir so gerne hören, was das sagt. Da muss wohl was eingestellt werden. Lass mich mal sehen. Ich spiele Nina Cortex. Ey, und ich sag sie, die Musik passt sowas von geil jetzt. Das ist so eine Rock'n'Roll-Metal-Musik. Dann, 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 ich will zählen, ich will zählen, verdammt. Na, auf jeden Fall, Nina Cortex ist die Cousine, äh, Nichte von Cortex. und er hat sie zu einem Roboter umgebaut, sie war mal ein Mensch, jetzt nicht mehr. Das war so ein Pösser-Pösser Mann aber auch. Hauptsache destruktiv habe ich schon mal gesagt, Hauptsache destruktiv. Thema muss es so destruktiv bei dir sein. Ja, Hauptsache destruktiv. Oh, ich hasse es nicht. Ja, gibt es denn noch was Schlimmeres? Ja, gibt es denn noch was Schlimmeres? Ich drehe es mal durch hier. Einfach bitch noch mal. Und ihren Part beim Endpost finde ich übelst scheiße, da verkacke ich jedes Mal. Schade, da hätte es doch dabei sein müssen. Ich mache danach dann ein Video und das kommt dann als Video an, das heißt Steve Raleigh hat es verkackt. Ich meine es gibt ja schon ein Video, das heißt Spearguy und Genkür wie 08 haben es verkackt. Und das ist schon mal her. Ja, ich habe es schon gesagt. Oh, ja, ist. Oh, 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 oh. Wir haben sowieso in die KC nicht gehört, also können wir sie jetzt nochmal hören. Alles klar. Also du hörst sie so oder so nicht, aber ich hab's nicht gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Mein Luftschiff! Ohne das Ding sitzen wir fest. Binde es irgendwo fest, sagte ich. Schnell, Nina, sonst verpasst du den Bus! Oh Gott, Fail von Crash. Crash sollte das Luftschiff an irgendwas festbinden und an was fest... Bindet er es fest an einen Bus. Haha. Und ich bin schon wieder tot! Oh, what the? Ja, das ist jetzt sowas von angesagt. Äh, jetzt... Nina goes wild. Run, Runner, you'll be done. Ey, genau sowas könnt ihr von mir auch im Endgegner-Kampf erwarten. Also, das wird genau das gleiche passieren. Schnell, Nina, sonst verpasst du den Bus! Schnell, Nina, sonst verpasst du den Bus! Das ist so ein Wortspiel. Jetzt aber... Jetzt hab ich dich dabei, du kleine Maus, stirb! Haha. Silence! I kill you! Alter. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, jetzt. Ey, diese, diese Attacke finde ich das beste. In your face! Oh, in your face! Oh, what the? In your face! In your face! In your face! In all of your faces! Wobei, das ist jetzt hier voll der Wandsprung, glaube ich. Es hat schon irgendwie voll... Weißt du, dieses Springen hat mich irgendwie voll erinnert, als ob man mit Yoshi in Mario Galaxy 2 springt und sich an solchen Blüten oder sowas festhält. Mit der Zunge. Oh, ja, aber Crash to Insanity kam vorher. Ich weiß. Nicht mehr. Oh, ein Nina neben. Wenn er schon seine Nichte so modifiziert hat, warum hat er ihr nicht die Hasenzähne weggenommen? Weil er nichts Besseres zu tun hat. Ach, du Scheiße, wie bin ich so schwer, dass Schornsteine unter mir unterbrechen? Ich... Ich... Bin die Attacke so geil? In your face! Und nochmal! In your face! Naja, wenigstens kommt mit dir immer Witz in meinen Videos. Ja, vorher sind sie so... Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von That's Plan, Crash, Bläh, 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 Bläh. Ich weiß, dass die Schwung ist und den Übungs gelangen, weil ich mache 0815 Let's Place und alles leck, und alles scheit. Das nehme ich jetzt mal als nettes Kompliment an. Entscher, ich weiß, die Wahrheit kann man schon mal schmerzen. Hochströme! warte, komm wir mal hin! Du warte, komm wir mal hin! Du warte, komm wir mal hin! Wir warte, komm wir mal hin! Wo bin' ich? Hier irgendwo war doch ein Edelstein. Ach! Da oben! What? Ah, stirb! Und, im Rockfex. Na na, na 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 na! Also, nehm! Ich summe einfach mal ne Runde, während ich hier fahne. Silence, I kill you! Yes! Explosive! Because it's TNT! Nein! Nein! Gibt's es doch nicht! Das hier wird doch nicht! Ey, was ist denn jetzt passiert? Was ist alles in der Quatsch? Das ist ja nicht mal lustig hier ist das. Also, ich find's auch nicht mehr lustig. Wir haben's gleich, keine Sorge. Keine Sorge an Kirby, wir haben's gleich. Sei glücklich. Weheee! There's my money over there! Ja, danke schön! Celebration times, come on! Nein, random singing, FTW, ne? Pass op, pass op! Du failst! Nein, ich faile wirklich! Halt! Fatality! Finish him! Du bist gemein, du bist voll blöd! Ich bin voll korrekt, man! Nein, bist du nicht! Ey, was ist das denn? Hallo? Hä? Hä? Ah! Ah! Zaubertrick! Der Trick 17! Bam! Bam! Das Mädchen ist echt abartig! Genauso wie die Musik hier! Stöp! Stöp! Kannst du überhaupt alles eigentlich flüssig sehen? Naja, mittlerweile besser. Ich hatte ganz am Anfang mal Stammbild! Von der ersten Episode. Aber hat man nicht angemerkt, ne? Ja, hat man mir aber nicht angemerkt, ne? Hehehehe! Blö! Siehste? Aber jetzt wissen's trotzdem alle! Ja! Ja, ich weiß! Allround Talent! Muhaha! Ich hasse es, wenn du so auf mich niederguckst! Au! Ich bin tot! Oh, mein Cutter ist auf einmal mitten im Raum erschienen! Nein! Au! Au! Wie ich weiß, hast du auch so, du hast den Relac einen Cutter oder was? Ich hab keine Ahnung! Fail, 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 fail! Der Spitzname meines Charters ist LooksLikeGarfield! Hehehehe! Wenn du ihn siehst, in meinen 200 Abonnenten-Special habe ich ihn gezeigt! Die Anspielung, die Anspielung, eh! Die Anspielung! Ja, aber trotzdem! Die Anspielung! Die ist mir auch erst eingefallen, seit ich Marcel kenne! Trotzdem, die Anspielung! Das ist das, was zählt, ne? Mhhhhh! Nein! Nein! Achso! Ey, was machst du von der Quatsch? Ich mach gutes Brot! Tasty! Achso! ich musste gerade auf die Uhr gucken und habe im Blind-Sprünge gemacht Uhey, Nick geht über Blind-Sprünge, FTV Ja, wir sind zwar gleich fertig mit dem Part, ne? Nein! Mayamp Ja, ich komme wieder deine Frage am Ende, nehmen wir schon auf? Ja, hast du das Spiel überhaupt schon gestartet? Nein! Nein! Das ist einfach nur Ironie und Schicksal! Das Spiel kackt ab! Ich fass es nicht! Du hast auch kaputt gemacht Okay, äh, Partbänden, Partbänden, oder? Na gut Na gut, okay Also Mein Name ist GenKirby und ich will euch was sagen Ich schlafe gut, träume süße und mach ins Bettchen kein Gemüse! Nein, nicht schon wieder mit Kichern aufhören und anfangen! Danke! Danke! Danke!